Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von BAUSIMULATOR 2015 und ja letzte Folge was haben wir da eigentlich gemacht? Guck mal hier ist ne Deko was haben wir da eigentlich gemacht? Weiß ich nicht, ich bin nur ne Deko, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin eine Mülltonne! Die neue Mülltonne, Schaufenster, Dingens Deko-Puppe Nein, einfach nur Mülltonne Okay Eeeh, komm mir nicht mehr raus Jo, komm mir nicht mehr raus JA, die Mülltonne läuft frei rum Aaaaaaah, Mülltonne baut Scheiße Mülltonne mit Streifen Lichte Palette auf der Straße Wieso übersteuere ich total? Das ist komisch, naja Frag dich einfach nicht, das ist normal Wow, wie nett So Bitte Okay, hier liegt ne Palette rum Warum nur, ist ja ganz komisch Hm Die haben wir auch gar nicht scheiße gebaut, nein Nein, ich krieg noch 75.000 Euro Ja, das ist n süß Toll Als hättest du vorher sagen können Wieso, wieso steuere ich so? Kannst du mir das mal sagen? Nein, ich bin doch keine Let's Play Aufnahme voll gekillt Hm Ich hab mich mit vielen Sachen aus Vielleicht auch mit dem, aber nö Und ich wollt sagen, wir haben vor zwei Monaten aufgenommen das letzte Mal bei diesem Spiel Das heißt, wir sind total raus Ja, kann man so sagen Ach, wobei ich kann auch alles Ja, weil er gestern gespielt hat Nein, hab ich nicht Nö, nö, nö Guck dann erstmal in die Ausschreibung, was ich noch zu tun hab Weil die Paletten sind ja eigentlich alle soweit hier Komisch, ein Teil der Ladung konnte nicht korrekt, äh, befestigt werden, ist ja ganz komisch Ich verstehe gar nicht warum Ich komm nicht so weit im Klan Dick ist schon übergroß Meine Fresse Warte, dann fahr ich mal ein Stück vor Ich nehm mir ganz kurz schon mal die hier Äh, Palette? Palette? Hallo Palette? Hallo 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 Palette Diese verfickte Kette, wie geht das? Palette, meine Fresse Ich zieh doch wie so ein Band einfach in ein nöger Bede rein Band kaputt Oh, wie geil das grad aussah Und es tut mir echt leid, dass ich so übersteuere, weil ich weiß gar nicht woran das liegt So, meine Palette So Na, fahr die andere Palette um Hier kommst du doch ran, oder? Ja Alter, wie das da aussieht Bin ich besoffen Ne, ich mein wie die Paletten da drauf liegen Die müssen so da drauf liegen jetzt halt zwar Nimm mal die hinterste, die da ganz hinten dran ist Oh, die andere hier, darf ich die hinter Hier, die hier Ey, ich habe doch nen Ranaanrahmenhaken Ja, ich weiß, das seh ich doch Ja, deswegen, warum sagst du's denn? Ja, die hier Ja, da ist, da liegt keine andere so bescheuert rum, wo du vorstehst Na und? Ich sag's doch trotzdem noch mal So Nö Habe ich aber Mit der Klatsch ist Oh, schade ich dafür, sie ist jetzt ein Anhänger mit Oh, total, die mystische Musik Dann Dann, 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 dann So, wie gesagt, ich wollte mal in die Aufträge reingucken Äh, was haben wir hier denn noch so zu tun? Äh, ja, ganz viele Sachen mussten hier hin, aber die habe ich eigentlich alle schon dahin gebracht Wobei, ich glaube, die Hälfte ist wieder durch die, quer über die Map geflogen Wieso, warum die nicht quer über die Map geflogen sind? So Ja, aktive Aufgaben, die neue Schule Ich guck mal kurz bei Baustelle 2, ob wir da irgendein Ding entrummstehen haben Bestimmt ihn hier Ne Okay War der falsche Vielleicht, äh, Tieflader, Zugmaschine 1 Ah ja, das war das mit diesem, äh, mit diesem Bohrgerät Oh Okay Juhu, gießen Okay, dein Part Juhu, dann kannst du bei der Schule mal weiterbohren Da steht aber, glaube ich, kein Kran Wieso, du musst doch nur bohren So, du musst nur bohren Ja Ja, für den Bohr, um zu bohren brauchst du, glaube ich, keinen Kran Soweit ich das doch weiß So Brauche ich doch aber den Tieflader, das heißt, ich brauche dich doch Hä, wieso, der steht auch da, der Bohrer Bei der Schule Doch, guck mal bei der Schule Also Der Bohrer steht nicht bei der Schule Ne, dann war das was anderes Also auf jeden Fall steht bei irgendeiner Baustelle Der Bohrer Jetzt muss ich meinen Neue Schule, da muss nicht gebohrt werden Und was muss da denn hin? Da müssen Welche Paletten abgeladen werden Achso, dann die andere Baustelle Auf jeden Fall musst du bei irgendeiner Baustelle bohren Bei der anderen müssen Fertigbauwende hin Und wieso sind da Geh mal zu der dritten Baustelle denn mal hin Ja, ich bin da ja auch Das ist noch der Bug der ganze Zeit da Achso, okay Da oben drauf muss ich bohren, okay Kannst du gleich den Betonbescher an mich hinten ran fahren? Da muss ich wieder aufgefüllt werden Guck dir mal den Kran an Na gut Das kannst du ja auch gleich kurz machen Ich muss ja noch mit dem Kran gleich rumspielen Das war grad eh nix, du kannst das nicht Du hast das immer gemacht Mit Betonbescher Waren hier rumwurscht TeamSpeak hat das wieder nicht übertragen Es kam wieder nicht ab Oder willst du mit dem Kran hier rumwurschteln? Nö Also Und hier komm ich überhaupt nicht mit dem Kran ran Toll Und hier rum Ja Da 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 Und die monatliche Abrechnung Da Ja, wir haben neues DLC drin Das haben wir noch gar nicht erwähnt Voila Ich hasse die monatliche Abrechnung ist immer so teuer hast du Geld? ne Geld mag ich aber Geld bezahlen ist kacke ja das ist das Problem daran so jetzt muss ich auch noch mit dem Betonbücher fahren einen Container und einen Generator und da kann ich grad nix mit dem Kram an so wo ist denn dieses Betonwerk Baustelle was? beim Kieswerch oh Sägewerk, Baustelle Fertigwandfabrik Bahnhof, noch ne Baustelle Stahlwerk Firmgelände, Hafen über den Absetzer hier irgendwo ist Absetzer, da ist Absetzer Hä wo ist denn das Werk? Schwimmgelände, Bahnhof irgendwo in der Pampa Ach da ist das Kieswerk so 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 du 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 so dann hoch würde ich mal keine also wenn nö 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 Lollololoon das na wie sagt ich soll umdrehen Machen wir das mal Ich dachte wir müssen erst später abbiegen aber war der wohl doch nicht so Ah, warte, hast du gerade den zufälligen Abschnitt fertig gemacht? Ne, hab ich nicht. Sonst sagte ich, dass er wieder die Position hier gewechselt hat. Er ändert ja dann immer automatisch die Wegpunkte. Ja, ich bin einfach nur falsch abgebogen, beziehungsweise einfach nur geradeaus gefahren. Hier sind gar keine Autos. Doch, hier sind welche, nur die sind weniger fragmentiert. Aber warum? Oh, ein Auto ist hier. Ich hole es ein. Da findet dein Auto und versucht bleiben mit dem Auto und renn es. Ja, ich hole es ein, es bremst. Nein, es will nicht abbiegen, verdammt. Und das war knapp. Du, du, du. Ah, scheiße, Huberland. Scheiße, sagt man, ich habe Aerox. Das macht man nur. Richtig. Und rauf auf die frisch gegossene Betonfläche. Ja, wieso gegossen? Ja, die ist noch frisch. Ach so, wieso. Oh, Alter, sind die bremste Scheiße. Ja, glaub ich. Der ist vor ein paar Stunden gegossen. Okay. Krieg. Ey, nach mal. Wieso? Haben auch Aerox gemacht. Kam aber nicht an. Kam aber nicht an. Ich habe ganz vergessen, wo man hier unterfahren musste. Da, wo ganz groß Lied her draufsteht. Ah, dann bin ich hier sogar richtig. Ah ja, hier ist auch so ein Betonwischerzeichen. So, einklappen. Und. Gleich wird's wieder teuer. 2.500, okay, das geht noch. Aber wir müssen unbedingt wieder über 3 Millionen kommen. Oder waren wir schon über 3 Millionen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Sagst du mich? Mein Ziel ist es auf jeden Fall noch in diesem Netzplay die 10 Millionen Marke zu knacken. Und ich glaub das schaffen wir bestimmt. Besonders mit den nächsten DRC, was rauskommt, ne? Ja, dritten Bau. Ja. Das wird geil. Jep. Du du du. Lala. Da ist ja auch der neue Kran, äh so ein neuer Kran dann dabei. Den man wahrscheinlich, äh, von Hand quasi zusammenbauen muss, ne? Von Hand, so ein Kran. Ja, ist ja, ist ja quasi von Hand. Willst du denn Kettenglied hochheben? Nein, ich meine mit Hand, also von Hand, dass man den ja nicht einfach hinsenden kann. Oh, bremsen. Ich kann sie dir hinsenden, mal gucken was passiert. Oh Gott. Äh, zu welcher Baustelle muss ich jetzt? War das Baustelle 1, ne? Äh, ich glaub ja. Okay. Oh. Oh. Aufpassen, dass ich den Container hier nicht rausschieße. Das ist voll langweilig, wenn hier keine Autos sind. Da hast du sich in der Einstellung eingestellt, dass es nicht sich... Ne, ich habe ja nichts geändert. Ja, Abschnitt abgeschlossen. 6500. Oh, ich muss auch gießen. Oh, hier wollen wir ja, da die Schuhe. Jo. Was musst du jetzt noch machen, bei der letzten Baustelle? Ich werde meine Stützfüße auszufahren, ne? Was muss ich? Ja, das habe ich dir ja gefragt, was du machen musst. Welcher? Ja. Ne, wir haben ja nur noch eine Baustelle, wo du was machen kannst. Äh, Fertigbaelemente, da musste ich aber... ...KW fahren, so. Du kannst ja schon mal bestellen. Dann hole ich die ab. Osterherst mit dem Tieflader hinfahren. Ach so, okay. Aber ich muss ja erstmal kurz Betonmischer fahren. Und dann pumpe ich das voll, das Dach und dann geht's weiter. Bin ich ja richtig? Äh... Hä? Weißt du, ich markiere Baustelle eins und der führt mich einfach zu dir. Hallo. Boah, ich hasse das. Immer wenn Abschnitt abgeschlossen wird, ändert der hier die Wegpunkte. Das war voll kacke. Ja. Ich habe zu kuppeln. Du musst erst den Schlitzfuß ausfahren. Ja, da tue ich ja, aber registriert das nicht. Sonst einmal ein- und aussteigen wieder. Vielleicht klappt das schon da. Okay, das ist jetzt, äh, merkwürdig. Ich habe mal, wie viele Minuten wir schon sind. Jetzt mal 20. 15. Perfekt. Ich will noch eben diesen Betonmischer zur Baustelle fahren. Ich würde sagen, äh, bei Bausimulator machen wir mal 20 Minuten. Standardmäßig, oder? Oh, wieso? Was machen wir uns denn? Ja, sonst schaffen wir einfach nix. Ich kann ja auch nicht einfach abkuppeln, das heißt, da bleibt dafür immer dran. Mach nö. Das habe ich schon mal erledigt. Hallo. Hallo. So. War voll fast eine Betonmischer. Nee. Du, du, du. Oh Gott, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich dachte, wir können da... Fährst du ordentlich? Ich war ordentlich, ja. Ich war ja nix gegen. Und da hätte ich gerade... Total dran vorbei. Ja, ich weiß, weil du mich ablenkst. Ja, mal umdrehen. Ich hab doch gar nicht... Hm? Ich war total realistisch. Ja, jetzt sitzt du ja auch drin. Jetzt geht das nicht mehr. Ja. Du bist einfach so ein Feater und immer wenn du mit drin sitzt, geht alles kaputt. Hier guck. Ja, ja, ist klar. Ich sag ja, alles geht kaputt. Du fährst ordentlich, ist klar. Ich fahr auch ordentlich, außer wenn du mit drin sitzt. Ding. So. Fahr den mal bitte hinten ran. An... An die Betonpumpe. Selber nicht machen? Nö. Vollratte. Vollratte. So. Und ich bin leer. Horst. Ich bin nicht Horst. Ach. Ne. Doch. Warten auf Horst. Doch. Nur weil du nicht lesen kannst. Super. Oh. Die Pumpe ist grad nicht angegangen. Ach. War schon wieder leer. Hm. Jetzt die mir fies ist es leer. Sieht aber auch anders aus dem Beton, ne? Heller. Als vorher. Ich glaub ein bisschen dunkler. Nur heller. Kommt mir das vor. Ah. Ich glaub der glänzt immer so. Deswegen. Eher dunkler bin ich nicht. Aber bei mir sieht er irgendwie heller aus. Kann auch sein, weil wir diesmal nicht mehr im Schatten arbeiten, sondern manchmal im Sonnenschein. 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 Und los. Irgendwie schafft der Betonwischer das nicht hier nachzupumpen. Bett bist du einfach zu schnell. Ja. Ja auch in echt. Bett. Einfach immer zu schnell. Ihr fängt an, ihr seid, du bist fertig. Die Maschinen sind für mein Arbeitstempo einfach zu langsam. Du bist zu schnell. Nein. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Uhuhuhu. Nein. Überhaupt nicht. Ja. Schön, die Ecken hier noch. Das hier drin. Ja. 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 Was vergessen. Ja. Ja. Da war ja was. Ich muss auch nochmal ausprobieren. Nein, die haben wir euch ja versprochen bei der 100. Folge. Ja. 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 Das ist ja auch höher, kann man nicht lieben. Nein, es geht halt einfach an. Ja. Ist einmal nicht realistisch, denn jetzt oben aufkommt Platz ist das einfach über die 5.000 Richtung. Und das wird auch nicht. Jo, alles rund rum voll mit Beton, nur die Decke hat am wenigsten abgekriegt. Ja. Was hat der Beton bezahlt in der Hinsicht? Lalalala Beton, Beton, Beton Ledege Möge 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 Mit dem Arm kommt nicht höher, warte Den muss ich den jetzt nochmal ganz hoch fahren Ach du scheiße Das wird immer doof bei so kleinen Sachen hier Wir sollten einfach nicht so nah dran parken Sehr langweilig Die Autos müssen wir aber vorbeifahren Aber Hauptsache ist es mal beschwer Die Autos können ja vorbeifahren Ich kann ja auch rechts von der Seite Dagegen fahren, gegen deinen Stutzer Das Ding ist ja schwenkbar Das will ich dir dagegen Mal eins bauen So Möge 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 Oh 75% Ah so spannend ich finde es so schwierig ich fass vom spiel so spannend ist das ich finde das toll das hast du gerade eben schon gesagt ja du hast das auch schon eben gesagt dass das langweilig ist das habe ich nur einmal gesagt ist der betonböcher leer weggeschossen ist das war eine frage ob der jetzt leer ist obwohl ich auch gar nacht war wieder dahin rennt ja das der ist der ok das haben sie jetzt auch verändert er wartet erst mal bis das auto vorbei fährt ich muss den ganzen wegpunkt einstellen so lange könnte ich mir ja schon mal tief leider schnappen was hast du gerade gemacht ich bin gerade auf der rechten seite gefahren mit den redern ich weiß die komplette linke seite hat geschrieben es ist vollständig ausgefahren stürzfüße jetzt muss ich f1 drücken und er mutet ja immer das mikrofon bei teamspeak moment jetzt hört er uns nicht aber wir hören ihn noch was muss ich denn hier drücken ich habe ihn wieder so ich muss da fertig waren verbringter sein dann kann man die schilder wegfahren richtig und dann ist das schild auf mein dach super ach das schilder umfahren warte ja das kann man nicht umfahren das ist unrealistisch oooh armer ist der aerox ein small das schild kann man aber umfahren der aerox macht wieder die halbe stadt kaputt und das auch immer diese dorf menschen und das ich bin ja noch auf dem dorf hier mhm verdammt ich sag schon hier öffnen wir das ja soo oh da ist die fertigwannfabrik ich weiß gar nicht wann war ich eigentlich zuletzt hier bei dieser fertigwannfabrik als er versucht hat um die frauen zu baggern das war ausgehend du vollidiot uber du warst nicht der war total ausgehend und dann kann ich ja nichts tun wenn du mit deinem bagger da rum baggerst ja du hast aber als erstes die frau getötet mit deiner bagger schaufel du hast selber gesagt mit deiner radlader schaufel aber da war eine kollision vor von daher geht das gar nicht ach du hast sie getötet für 5.000 hast du beton gekauft bei mir hat das nur 2.500 gekostet hey der fall auch nicht komplett leer war da hin es befindet sich kein anhänger im ladebereich jetzt muss er sogar einen anhänger herbringen ja äh du kannst den anhänger da bieten muss ich die troller da fragen ja das möchte ich ach ok leitplanke ah hier leitanhänger Gott Gott oh Gott ok wie habe ich jetzt das hinbekommen zurücksetzen bevor du siehst nichts passiert zu welcher baustelle muss ich mit dieser ladung äh ich glaub 3 ok ja war die dritte weite schule erstes da wo ich betonen muss ja soo bi 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 du 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 shit auch wenn wir die schilder fliegen wenn wir den gegenpferd dass sich das schild nur 5000 mal gedreht ist umgefallen das ist hochgesprochen das war nortschild zur ladung sichern heißt auf fahrsicherheit du auf ladungssicherheit das war eine ampel ab zur dritten baustelle ab zur zweiten das war alle umfahren warum liegt die da noch welche palette lag eine palette auf der stase und die hast du jetzt umgefahren ja die hat sich wieder aufgerichtet und steht ein bisschen näher am bahnsteig oder bahnsteig oder fahrzeuger die fertig wenn sie gleich da ja fertig werden fiat punto punto fiat fiat punto pöp pöp zwei mercedes sprinter 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 doch ich bin der sprinter wo voll überfahren ach hä nur wenn ich da bin aus der scheiße wie war das menschen haben keine kollision haben sie nein wo soll ich das teil abstellen erstmal durch einmal schön längs geschliffen ach der lack muss ab so dass ich da am besten da rankomme wo kommst du da am besten ran ahnung bin ich kranführer ja nein ich fahr nur den kran naja nein das ist kranfahrer da steht da wackelig mal plötzlich müssen verdichtet werden hey passt das so joa muss nur aufmachen jaja ich muss hier gar nichts so viel spaß ähm denn geh ich mal wieder in meine betonpumpe ist der beton denn dann schreit der gleich nach beton Ich werde die Porteile über den Kranplatz schwenken. Jetzt auch von Liebherr habe ich letztens gesehen so einen Kran, den wir hier am Rand stehen haben. Als Mobilkran. Wie klappt sich denn aus? Als Mod oder? Nee, von Liebherr in echt. Hops, 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 hops. Letztens gesehen da vorne, das sieht geil aus wenn man sich austrappt. Ui. Gießen, gießen, gießen. Oh, sie haben die Toleranz runtergesetzt beim Gießen. Finde ich gut. Können sie nicht global runter setzen, das ist immer vom Missionsmissen. Oh, dann ist das auf jeden Fall bei dieser Mission ziemlich gering. Bei Baggern immer total hoch. Oh, kennst du doch die Mission, wo du noch mit dem Radlader reingegangen bist? Aber bei Baggern ist sie doch auch nicht richtig Toleranz. Hä? Ich bin ja jeden Scheiß ausgepackt. Hm, sag ich ja. Deswegen keine Toleranz. Weiß noch wo wir da mit dem Radlader den Scheiß rauskommen müssen. Ja, aber ich glaub das war sogar teilweise aufs Screen, oder? Ja, da haben wir einfach nachher Zeit gesagt, das ist so langweilig. Oh, sag ich ja jede Ecke mit erwischen. Oh, aber da. Wo ist der Punkt hin? Ach, da ist er. Hä? Der hat einfach grad in die falsche Richtung gemacht. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Ah ja, ja. Do, 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 do. Hoppalla, andere Richtung. Tatsächlich mal wieder den Motorsound. He, he, he. Hörst du, da oben nicht am Kram. Ja kenne ich von ner Betonpumpe, wobei hier bin ich nicht so hoch, da höre ich den sogar noch. Guck mal, was muss ich denn da noch alles ausgießen? Ist auch gar nicht mehr so viel. Komm da welches Baggerfahrer. So, da ist noch ne Lücke. Da hoch sprinten, scheiße. Hä? Gleich hab ich hier wirklich jeden scheiße ausgegossen. Toll, jetzt sind die Fertigwände weggeflogen. Scheiße. Was hast du gemacht? Wir haben einfach nur Fertigwandlicks rausgenommen und es ist weggeflogen. Äh. Weißt du noch, wo ich vor 18 Minuten gesagt hab, ja wir machen bis 20. Jetzt sind wir bei 33. Weiß ich. Perfekt, wir schaffen es immer wieder. So, aktive Aufgaben. Weißt du, als das Spiel rausgekommen ist ey. Oh ja. Äh. Hä? Der sagt, ich bin schon 100% fertig. Okay. Äh. Ja, die Bauwelt, die ist weg. Die besorgst du wieder. Äh. Können wir gar nicht. Also können wir das nicht. Ja, die sind weg. Die sind weg. Die sind weggeflogen. Ne, die sind ja noch da. Irgendwo auf der Welt. Muss zurücksetzen. Guck mal, ob das klappt. Äh. Kannst du das nicht auch? Auch nicht. Mal gucken, weil ich bin hier grad am. Äh. Betonpumpe zusammenklappen. Weißt du, ich nehm da einen raus. Da fangen die an rumzubangen. Ich schon so. Oh oh. Fiuuuu. Wo ich so zu. So, mal gucken wir uns denn. Fertig wird. Oh oh. Weiß ich. Ich glaub die müssen wir komplett von der. Von. Zuhause wieder abholen. Ich. Oh, das hast du keine Erlaubnis. Hm. Warte, dann gebe ich dir kurz mal die Erlaubnis. Dann kannst du das machen. Kannst du es doch gleich selber machen. Du brauchst sowieso die Erlaubnis machen. Ich hab grad erstmal wieder den Kran zu sagen, weil ich damit den zum. Blinden muss. Fickt. So. Ich glaub noch eben die Betonpumpe zu Ende zusammen. Und dann. Wenden wir auch mal die Folge. Oh man. So. Ne. Mal gucken wieviel Geld wir dafür bekommen. Oh. Sch. Oh. Sch. In mal sehen wir uns nächste Folge hoffentlich wieder. Auene. Sure. Dann werd ich das über steuern mal hier bei Yowder City beheben. Und naja dann bis dann. Tschüüüüüüisch. Ciao